euer ernst ich bin mir nicht sicher ob ich töten muss oh mein gott es werden immer mehr ich glaube ich springe erst mal rüber und jetzt springe ich wieder zurück nein du solltest hier den hier machen ich muss mich da jetzt durchbeißen was war denn das gewesen richtiger dungeon oder so ne 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 man kann da auch so durch aber ich finde das teilweise schon heftig normaler heiltrank auch einmal her damit und die da oben kann ich nicht töten die sind zu krass ich glaube die soll ich auch da brauche ich nicht töten sagen wir es mal so ich habe einfach nur gesehen gehabt mein halbes leben war weg und Ähm, warum komm ich schon da ran? So. Oha, da steht schon wieder ne ganze Menge auf einmal. Oh Gott, da zeigt mir ja schon wieder hier so ein Boss an irgendwo in der Nähe. Das ist die sogar hier, okay, dann machen wir die mal alle. Was bekomme ich dafür? Gehe ich dafür irgendwas noch? Nein. Okay. Wenn nicht. Oh Gott, das hört ja gar nicht mehr auf hier mit den Gegnern. Das ist aber langsam gut hier. So. Da öffnen wir uns die Plätze hin, dass wir dazu kommen. Oh. Dann nehme ich den noch weiter und dann wird 30. Genau und die hier kommen dann verkaufen. Und schnell abquatschen hier. Bevor die ganzen Gegner hierher kommen. So und jetzt. Okay. Ich scheint es geschafft zu haben. Dann verpisse ich mich erstmal. Das sind einfach zu viele Gegner, die immer so schnell wiederkommen. Das geht schon dezent auf die Nerven. 100. So weg damit. Wer ist denn das denn? Der da. Verkaufen wir nur den. Gehen. Ah guck mal ich kann teilen. Du hast ein Gruppenmitglied gebeten eine Geheimkarte zu teilen. Ja. Hast du die jetzt auch die Karte? Ähm. Die Karte selbst nicht. Aber ich kann sie gut sehen. Okay. So. Oh. Welche Stelle ist denn das denn? Das ist in unserer Region auf jeden Fall. Ja das ist bei uns oben hier. Also wo ich jetzt hier bin. Ja. Ein Friedhof. Mhm. Ja. Und ansonsten äh. Dann habe ich noch eine. Ja dann habe ich noch die Hauptquest. Zerstöre die Pestkugeln. Dann habe ich die Kader-Quest. Äh. Sprich mit Blaubeere. Genau. Also ich habe jetzt die äh. Und Amateur-Köschenerja. Sprich mit Fudor in Breitholm. Habe ich noch nicht gemacht glaube ich. Ups. Egal. Muss ich jetzt das eine Quest ist. Mit dem Herzchen. Egal. So. Genau. Aber dann können wir ja einmal durch die Karte da. Warte da ist auch wie eine Glocke. Einsamer Dämonenhülle. Wohl. Dieser Schlüssel öffnet einen geheimen Bereich. Irgendwo auf den Konten. Muss ich das anklicken? Achso. Ja das ist doch das was ich selber abgeschickt habe. Das ist bescheuert. Warte. Okay. Ähm. Ja. Also hier sind schon ein paar Gegner mehr. So. Vom Gefühl her. Wir gehen jetzt einfach hier mittendrin durch. Ach guck mal. Hier ist doch so ein Megadude. Oh mein Gott. Können wir doch mal ein Lift nehmen. Ja das sind viele Megadudes. Ne ne. Hier ist der eine bloß. Da will ich eigentlich mitmischen. Will der mitmischen. Ui. Mal raus hier. Was machst du denn da hinten jetzt? Ja. Einfach nur den großen Duht hier. Klappen. Achso. Den Boss meinst du. Ich wundere mich schon. Wen meinst du jetzt? Ey. Okay. Er hat mich platt gemacht. Ja. Also ich würde mich hier auch nicht zu lange aufhalten. Weil die tun schon richtig weh. Ja. Wie gesagt. Er ist auch viel zu hoch gekauert. Ich glaub. Das ist äh. 21 Leben. 21 Leben. Ja. Jetzt. Jetzt sind auch ein Stück die 17. Ah nein. Nein. Ah. Nein. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nichts machen. Ne Mann. Mach das mal. Aber ich lass es lieber. Es funktioniert nicht. Ne. Du hast einfach ganz klar zu wenig gelevelt dafür. Ne. Also ich werde mich mal auferstehen lassen. Du bist noch mal gestorben gerade. Dein Ernst. Ja. Ich war äh. Ja. Vom Gefühl her eigentlich relativ gut dabei gewesen. Also der hat immer noch äh. 21 Leben. Äh. Mir ist das doch schon Stufe 17. Ach so. Er ist Stufe 17. 21. Ja. Der hat viel zu viele Leben, Mann. Viel zu viele Leben. Der hat viel zu viele Leben, Mann. Das äh. Kannst du vergessen. Der kommt immer hinterher gerannt. Ja. 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 Und der macht so Dauerschaden dann. Also ganz ehrlich. Ah. Ja. Nächstes Mal. Lauf einfach mit mir mit. Da bist du sicher. Also die hat. Ich finde hier ist schon heftiger unterwegs auf jeden Fall. Als was wir bisher hatten. Okay. Woher hat doch nur noch 20. Ey Mann. Dann macht das. Ich hab keine Lust alle meine Tränke da rein zu ballern. Für nichts am Ende. Ah ah. Ich guck jetzt wo die Geheim Dungeon ist. Die soll ja angeblich hier sein, wie ich verstanden hab. Und da hab ich schon genug Gegner jetzt für mich. Ich bin ein ne 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 ne. Das ist nicht gut. So. Das ist nicht gut. Du kommst weg. Ich bin eindeutig weg. Ja, aber du bist zu Hause. Ah. Du bist jetzt in die Karte rein, Robert. Ja. Ich warte noch auf dich. Du warst da jetzt weg vorhin. Oder bin ich jetzt falsch? Nee, die hat er hier angezeigt. Das ist richtig. Du bist ja gestorben. Ich hab auch dich erst mal gewartet. Aber ich kann auch jetzt da nicht mit einem Feld stehen bleiben. Ich weiß nicht, wo du wieder respawnst. Verstehst du? So. Jetzt guck ich mal, dass ich hier flüchte, dass ich jetzt auf mein Pferd wiederkomme. Wenn die angreifen, dann bricht das nämlich auch ab. So, dann, okay. Lass uns jetzt rüber. So, dann. Vielen Dank.